Und wenn du halt auch mal nicht weißt, was du machen sollst, gehst du einfach nach Kreuzberg, gehst ein bisschen spazieren und triffst dir irgendjemanden. Immer. Was ich in Berlin mag, ist, wie die Stadt in der Nacht sieht und wie es anders aus dem Tag sein könnte. Tadaaa, kommen Sie rüber! Wir hatten die DDR-Flage. Wir sagten, das ist notwendig, wo wir leben. Nur Süddeutsch und Franzosen im Prinzip. Nur! Hier ist so ein bisschen mehr der Überlebenskampf. Das klingt jetzt so dramatisch, aber so ein bisschen mehr der Überlebenskampf wirklich auch da ist. Zur Zeit mache ich gerade eine Umschulung als Koch. Bisschen auf und ab, weil man halt wenig Kohle hat und gerade momentan auch am Schnorren überall in Ostkreuz. Ich habe absolut keine Idee, wo ich in einem Jahr sein werde. Das Leben ist ziemlich sinnvoll, also versuchen wir es einfach schön und interessant zu machen. Also Berlin ist irgendwie so ein offenes Feld. Da kannst du einfach hingehen und da findest du, egal was du suchst, findest du es irgendwo. Was macht Berlin unique? Ich glaube, das ist wegen der Menschen. Und genau um die Menschen soll es bei Berlin Mitte 20 gehen. Ich heiße Konstantin, ich bin 27 und Medienstudent aus Stuttgart. Bevor ich nach Stuttgart gezogen bin, habe ich ein halbes Jahr lang in Berlin gewohnt und bin ziemlich schnell diesem ganz speziellen Charme dieser Stadt verfallen, wie so viele Menschen aus meiner Generation. Was mich an Berlin besonders fasziniert ist, dass man hier auf engstem Raum so viele verschiedene Menschen aus allen sozialen Schichten und Ecken der Welt trifft. So ist auch die Idee zu dem Challenge entstanden. Berlin Mitte 20 wird eine fortlaufende Reihe von kurzen Videoporträts sein, alle zwischen 5 und 10 Minuten lang, die das Leben von jungen Berlinern aus allen Gesellschaftsschichten zeigen werden. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf Menschen zwischen Mitte und Ende 20. So soll nach und nach das Porträt einer Stadt und einer Generation entstehen. Denn meine Altersgenossen und ich befinden sich gerade in einem spannenden Abschnitt in unserem Leben. Diejenigen, die studiert haben, beginnen zu arbeiten. Andere übernehmen gerade größere Verantwortung oder wechseln Karrieren. Die ersten heiraten und die meisten von uns hatten schon ihre erste Sinnkrise oder stecken gerade mittendrin. In dieser Stadt gibt es tausende interessante Geschichten. Man muss nur zuhören und die richtigen Fragen stellen. Die Themen der einzelnen Episoden werden im Vorfeld nur grob konzipiert werden und sollen sich hauptsächlich aus dem Gespräch mit den Protagonisten entwickeln. In den meisten Folgen werde ich Menschen treffen, die normalerweise nicht vor der Kamera stehen. Aber immer wieder will ich auch Künstler, YouTuber und Blogger interviewen, was nicht nur interessante Geschichten verspricht, sondern auch den netten Nebeneffekt hat, dass dadurch ihre Fans, Lese und Abonnenten auf das Format aufmerksam werden. Für die erste Staffel würde ich etwa 8-10 Folgen produzieren. Weitere Staffeln können dann über Crowdfunding oder Kooperation mit Fernsehsendern und Sponsoren realisiert werden. Berlin Mitte 20 ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, was ich auch auf jeden Fall umsetzen werde. Aber mit der Unterstützung von Your Turn wäre ich in der Lage, es regelmäßig zu tun und nicht, wenn ich gerade mal wieder ein bisschen Kohle für Bahnticket und Unterkunft überhabe. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das Projekt umzusetzen und hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, zu sehen, wie das hier weiterläuft. In diesem Sinne, bis bald!